Wie ferngesteuert laufen die sechs Graugänseküken ihrer Mama in einer Reihe hinterher. Mama ist Stephen Thesen. Er hat das flauschige Sextet aufgenommen, das ohne ihn verloren gewesen wäre. Die Ausflüge führen an den Harburger Außenmühlenteich. Stephen Thesen kann die Lok und Warnrufe der Gänse perfekt imitieren. Die sind jetzt dreieinhalb Wochen und kommen aus dem Gutkasten, aufgrund dessen, dass andere Menschen das Gelege im Wasser entsorgt haben. Ich ziehe die jetzt soweit groß und wildere die nachher aus. Die Gössel bleiben acht und halb bis neun Wochen bei mir. Mit der sechsten Woche beginnt jedoch schon die Auswilderung. Beibringen brauche ich denen im Prinzip nicht viel, weil die von klein auf selbstständig sind. Die brauchen aber jemanden, der aufpasst. In der ersten Zeit bin ich dann nur noch als Aufpasser, dann sind sie selbstständig dürfe auch alleine ans Wasser, ohne dass ich hinterherlaufe. Und ab der achten Woche bin ich dann mehrere Tage mit denen komplett draußen. Zählt isomatisch Schlafsack. Noch ist es aber nicht so weit. Es geht im Rucksack erst einmal zurück. Wir gehen jetzt nach Hause. Dann geht mansern referenced. Sind wir beide? BUSU. 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 Vielen Dank.